So meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightplay Metro 2033. Wir spielen die nächste Mission im zweiten Kapitel, Verlorene Tunnels. Ich habe das bisher nochmal durchgespielt, um das alles in Deutsch zu erleben, aber ihr wolltet es ja nicht sehen. Und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr das Spiel spielt und euch eine Nutte anlabert, auf keinen Fall drauf eingehen. Ihr werdet erschlagen und ihr habt danach kein Geld mehr. Nur mal so. Okay, machen wir weiter. Verlorene Tunnels. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da weg käme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Ja, es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an, aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Munition. Was ist hier los? Ach ja, was ich... Ja, ich wollte noch kurz was erklären. Und zwar nehme ich zwar jetzt 1.280x720 Pixeln auf, aber dafür mit voller Grafik. Ich finde, das sieht besser aus. Wo ist Guckstor? Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsst eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Okay. Ein Rädchen. Eine kleine Ratte. So, okay. Was ist das? Sand, oder? Was ist das Sand? Ich glaube, ich nehme lieber die Doppel-Loft raus. Scheiße, eine Karawane. Alles in Tod. Dienststil kenne ich. Banditen. Und die Hansa prallt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay. Das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Okay. 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 So, jetzt gibt's Arschtritte. Jetzt verteile ich Arschtritte. Komm her. Bim. 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 Sterb. Nein. Ich sterbe. Nein. Das darf nicht sein. Ich darf nicht sterben. Es ist unmöglich, dass ich sterbe. Get down. Mutter. Buh. 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 Nein. Das darf nicht sein. Ich bade. Fisset auf dem Planen-Loft. Nein. Ich soll mich nicht sagen. Ich muss sterben. sterbe sterbe mufmüffmüffmüff mif-mufmüffmüffmüffmüffmü 걸 nein Nein E影 letzte Speicherpunkt laden o понятно Oh mech 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 Komm, hopp, ja, beweg dich, BEWÄGUNG! Bewegung! Halt die Schnitz! Nein! Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wenn du werben arbeitet. Das ist die Patrouille. Das ist die Patrouille. Jetzt gibt's da auch was. Dieser Dreckskeller hat einen von uns erledigt! Jetzt werde ich strategischer vorgehen, aber ihr müsst immer noch sterben! 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 Mist! Wir verlieren Leute! Wir werden sie strategisch... ...erledigen! Stück für Stück! Eine nach dem anderen! Martyrium! Wir bleiben! Verwägung! Na, äh! Einen nach dem anderen! Zum Sterben bringen! Er muss sterben! Er muss sterben! Sklopsakt! Sklopsakt! Wo ist er jetzt hin? Ah, da! Da ist ja noch einer! Warum alle nur ne scheiß Bastard Pistole! Wo kam der her? Ah, du! Voll so hinterrücks... Erschlagen! Okay! Zeit für die Doppelauf! Oh mein Gott! Jetzt muss ich! Ich muss! Nachladen! Das allererstes muss ich nachladen! Warte! Achtung! Jetzt geht's ab! Bam! Bam! Sterben! Sterben! Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Ich bin doch zu jung! Guten Tag! Was geht? Aha! Ja meine Freunde! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bei die Brücke!